Hallo! Pia hat heute drei Geburtstagskarten geschrieben. An ihre Mutter, an ihre Lehrerin und an ihre Tante. Alle drei haben in derselben Woche Geburtstag. Als sie Theo die Karte zeigt, wundert der sich über Pias Rechtschreibung. Ich wünsche Ihnen alles Gute zum Geburtstag, steht auf der Karte an die Lehrerin. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, steht auf der Karte an die Mama. Und ich wünsche dir alles Gute, steht auf der Karte an ihre Tante. Ihnen, dir und dir? Mal groß, mal klein. Da hat Pia doch auf jeden Fall auf mindestens einer der drei Karten einen Rechtschreibfehler gemacht, denkt Theo. Aber Theo irrt. Pia hat die Anredepronomen Ihnen, Dir und Dir vollkommen richtig geschrieben. Wie das mit den Rechtschreibregeln zu vereinbaren ist, erfährst du gleich. Ich will dich vorher nur daran erinnern, was ein Anredepronomen ist. Denn um diese kleinen Wörtchen geht es hier. Anredepronomen im Brief. Ein Pronomen ist ja ein Fürwort. Es ersetzt ein Nomen. Er, sie, es, ihr, dein und so weiter. Anredepronomen sind solche Pronomen, die man verwendet, wenn man jemanden direkt anspricht. Du, dein, dich, dir, ihr, euer, euch, euch und in der Höflichkeitsform Für diese Anredepronomen in Briefen, auf Notizzetteln, in Gebrauchsanweisungen oder E-Mails gelten ganz besondere Rechtschreibregeln. Ich beginne mit der Regel für die Anredepronomen in der Höflichkeitsform. Sie, ihr, ihnen Sie, ihr oder ihnen benutzt du, wenn jemand älter ist als du oder wenn du denjenigen nicht kennst. Du schreibst diese Pronomen in der direkten Anrede groß. Sie sind herzlich willkommen. Ich wünsche ihnen alles Gute. Ich werde ihre Rechnung bald bezahlen. Ich möchte sie zum Abendessen einladen. Das gilt übrigens auch für Anredepronomen, die nicht in einem Brief stehen, sondern in einer Geschichte oder in einem anderen Text. Pia fragt, verkaufen sie auch Süßigkeiten? Der Mann sagt, ich habe ihren Handschuh gefunden. Anders sieht es aus, wenn die angeredete Person nicht gesiezt wird, also bei den einfachen Anredepronomen. Du, dein, dich, ihr, euer, euch, dir. Diese werden in der direkten Anrede kleingeschrieben. Ich habe dir 10 Euro für Milch und Brot hingelegt. Ich möchte dich zu meiner Party einladen. Ich wollte euch bitten, immer die Tür abzuschließen. Nur ist es so, dass man die Wörter du, dein, dich, dir in Briefen, E-Mails, Postkarten oder sonstigen schriftlichen Anschreiben trotzdem großschreiben darf, wenn man es möchte. Diese Freiheit hat man nicht, wenn man die Wörter du, dein, dich und dir in anderen Texten verwendet, zum Beispiel in einer Geschichte. Er sagte, da bist du ja. Oder sie sagte, ich habe euch auch gesucht. In solchen Textpassagen muss man Anredepronomen wie du und euch kleinschreiben. Na, jetzt verstehst du hoffentlich, warum alle drei Postkarten von Pia richtig geschrieben sind. Die erste Postkarte, ich wünsche Ihnen, ist ein direktes Anschreiben von Pia an ihre Lehrerin und steht in der Höflichkeitsform. Ihnen muss großgeschrieben werden. Ich wünsche dir, schreibt sie an ihre Mutter. Hier wird nicht die Höflichkeitsform verwendet. Dir darf kleingeschrieben werden. Ich wünsche dir, schreibt sie an ihre Tante. Und weil es ein direktes Anschreiben ist, darf sie das Du auch großschreiben. Theo hat jetzt wieder etwas Neues von Pia gelernt. Und ich hoffe, du auch. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.